Musik So meine Freunde, ich bin's wieder, euer Popika, willkommen bei Watch the Geek, mein herzlich willkommen zu einem neuen Live-Kommentary und heute Freunde, gestern hat's nicht geklappt, ja, heute sind sie dran, na, die Jungs hier, die Jungs von Black Ops 2 sind dran, ihr kriegt jetzt von Sack Nuketown 2025 Nevada USA, Freunde, gleiche Klasse wie gestern, zumindest die letzte, jetzt reicht's, jetzt werden sie zerrubbt in der Luft, ja, von Popika, genau sieht's aus, Freunde, und jetzt machen sie kalt, jetzt reicht's mir, hier drüben ist schon mal da einer gespawnt, das hab ich ja gesehen, bleibe stehen, hab ich gesagt, ja, ja, komm, friss mein Dreck, du Arschloch, ah, ist noch einer, oh, Durstelwand geämmt, ja, komm, stirb, Headshot, genau so machen wir's jetzt, so machen wir's, so läuft der Hase hier, so läuft der Hase, ja, siehst du, da kommt schon wieder rausgehuppt hier, nein, ich hab keine Plünder, doch, Plünder hab ich mit, Freunde, scheiße, ich hab's verbockt, jetzt wollte ich hier mal ein bisschen mehr reißen, als wie nur, äh, hier, Kauterwelsch-Salat, Schneiber dorthin, äh, hier kommt schon wieder einer an der Ecke sprüht, juhu, Popika's da, Hallo? Nein, wo bist? Lass mich in Ruhe! Das darf nicht wahr sein, Freunde, das darf nicht wahr sein, jetzt aber, jetzt kriegen wir's doch mal geschissen hier, die Scheiße, oder? Was steht denn der hier so blöde? Hallo, Popika's da? Ja, wieder rein ins Gesicht gewamst, guckt euch die an hier, 69, mach ich auch immer, da kommt Freude auf, genau, hier, komm raus! Hallo, Popika, nein, da messert der mich, hat der einen Arsch offen, oder was? Was ist denn, mein Schwein? Hier läuft da einer, hab ich da irgendeine Klemer, hat da hier einer in dir gepflanzt, ne? Nein! Oh, der hat mich mit der Shotgun weg, das Arschloch, der hat so einen, der hat so einen Arsch offen, das Arschloch! Hier war da einer, ja, hab ich dich, ne, brauchst du gar nicht hier so rumtingeln, ja, dich auch, Freund der Sonne! Na, guckt euch das an, Popika's nämlich immer noch drauf, wie 19, wie 19, 90! Komm jetzt hier, frisch im Leben, Freund, hier, der Popika! Ja, komm, wo ist er, ja, brauchst du gar nicht mit deiner Five-Seven-Laser-Shotgun irgendwas reisen, Junge! Guckt euch das an hier, wenn der Popika am Start ist, oh, ist das geil! Oh, sah das cool aus! What the fuck! Das war, das war lustig! Na, da ist noch einer, ja, oh, da wollte ich ihn noch durch den, durch den Arsch hitten! Na, stirb! Yep, und da kriegst du's drin gepratzt hier vom Popika! Ne, da musst du auch erst mal gucken, wenn der Popika da ist, ne? Und du da oben auch, haben wir Trolle rausfeuern! Und dann läuft der Spaß hier! Ja, Headshot und ich machen wir auch noch platziert! Komm her, Kollege! Na, komm, ne, Hellensturm! Oh, oh! Hallo? Oh Gott! Ah, hab ich's versaut, Freunde, hab ich's versaut! Aber hauen wir erst mal Hellensturm raus hier! Ehen haben wir! Nein, sind sie sich, die Gebrüge, da wird schon wieder abgeschossen hier von der Seite! Du bist Schwein, du! Oh, Glück ab! Oh! Ja! Boah! Boah, das ist knapp, Freunde, habt ihr das gesehen! Oh, guckt euch an, guckt's euch an, Freunde, ja! Wenn der Popika wieder da ist, dann läuft's hier rund wie im Schnürsalon, äh, wie im Schuhsalon, äh, wie im Friseursalon, wie auch immer hier, Messern in die Fresse! Andere Waffe, komm, her damit! Nein! Da wollte ich nachladen! Der versucht mich noch einzuholen, der Kollege Schnürschuh, da! Aber, Freunde, wir sind ja nicht von gestern, ne! Den holen wir, na! Das wäre doch gelacht, wenn wir das hier nicht hinkriegen, mit den Spartianern hier! Mach Sparta, Junge! Ah, da! Komm, Sullivan, na! Den hatten wir doch gestern auch mit drin, ich glaub's nicht! Nicht, ob Popika Glück gehabt, wie kein anderer! Nee, nee, Junge! Nee, jetzt holt er mich noch auf hier, äh, nee! Freunde, Freunde, ich krieg' nen Klaps hier, ne? Nee! Das ist ein Assi, der hackt doch! Nein! Es darf einfach nicht wahr sein! Das darf nicht wahr sein, das kannst du mir nicht erzählen! Nein, es darf einfach nicht sein! Was ist denn das für eine Scheiße? Der hat mich echt noch eingeholt! Das darf nicht wahr sein, Freunde! Das darf einfach nicht wahr sein! Ich will jetzt noch eins, und diesmal, Freunde, nicht noch mal in Nooktown! Diesmal geb' ich's ihm hart! Das ist zum Kotzen! Es ist zum Kotzen! Ich will den jetzt besiegen, ne? Also dieser, dieser ene Typ, der war ja gestern schon drin hier, dieser... Sullivan, oder wie der heißt, Sullivan... Keine Ahnung... Oh, ich kotzt mich so an, ne? Hier, der hier, wo ist er denn? Hier, Sullivan! Der war gestern auch schon am Start! Hab mich gestern auch ganz schön gebashed, aber... Ey, was ist denn das, Alter? Das kann doch wohl nicht wahr sein! Oh! Jetzt reicht's von! Jetzt, jetzt kriegen sie... Jetzt reicht's! Da mach' ich nicht mit! Noch ein Schluck Wasser trinken hier! Studio Hollywood, Freunde! Frei für alle! Das gute alte Feier in Range! Ne? Ah! Ah, ich könnte platzen, ne? Das glaubt ihr ja nicht! Ich könnte schon wieder... Ah, jetzt, jetzt bin ich da, Freunde! Das... Das mach' ich nicht mit hier! Ja, Toto, Mann! Guckt euch das an! Das kannst du mir nicht erzählen! Ist klar! Der hat keinen Recoil! Nichts! Das... Also, ne... Entweder lag der übelste Sorte... Hier ist er, hier steht er! Das kannst du mir nicht erzählen, Alter! Das geht doch überhaupt nicht! Dann die... Dinger da anmachen... So ne Kacke, ey! Hey, jetzt kannst du's aber knicken, Junge! Jetzt... Jetzt bin ich nämlich da, hier! Ist klar! Wir müssen verfolgen! Durch die Wand! Und... Wir müssen verfolgen! 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 Dann gehen wir woanders hin. Scheiße, ey. Wo ist denn der? Komm hier, komm. Komm hier, Waffe her, komm. Den kriegen wir jetzt noch, den Kollegen. Den kriegen wir jetzt noch, Leute. Nicht mit dem Popiker, nicht mit dem Popiker, Alter. Was ist denn das? Er hat dein Geschütz jetzt aufgestellt, oder was? Das dumme Schwein. Was? Das geht doch gar nicht. Habt ihr das gesehen? Zweimal daneben gemesselt. Ja, und dann holt er mich auch noch. Ach, ist klar, Alter. Genau. Also entweder hackt der ganz böse, oder er hat einfach nur übelst das Glück, ey. Das darf doch wohl nicht wahr sein, ey. Der könnte... Mein Gott! Oh, hab ich ihn. Jetzt hab ich ihn auch hier, komm. Freund, das kriegen wir noch hin, hier. Genau so sieht das nämlich aus jetzt hier. Genau so sieht das aus. Sota, Alter! Lass mich in Frieden! Meine Fresse, ey. Ist denn das so schwer zu verstehen? Nein! Oh, was ist los, ey? Freakill für den Popiker. Meine Fresse! Kommt jetzt hier, kommt, Freunde. Steht der hier wieder? Wie angewurzelt. Und bewegt sich nicht. Das dumme Schwein. Komm, jetzt haben wir's, Freunde. Fuck! Von hinten, bitte. Oh, na, Pepsi! Meine Fresse, ey. Das ist auch so ein Lacker, ey. Ja. Guckt euch das an. Der steht immer an der selben Stelle, der Klapser. Guckt euch das an. Die... 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 Denkt, sie sind übelst die Sniper-Pros, wisst ihr? Und dann stehen sie auch bloß in den Ecken rum. Und, äh... Chillen sie... Chillen sie mal Hu' up, ey. Keine Ahnung. Da oben war da einer. Hast du ja gesehen. Oder ist er jetzt... Ist er jetzt verreckt? Ja, es ist hier... Wie sie alle rumhocken! Hä? Popiker muss nur zu denen kommen. Immer muss... Seit wann muss der Knochen zum Hund kommen, ey? Echt? Es ist echt furchtbar. Kommt jetzt hier, Freunde. Kommt. Wir machen die jetzt nass hier. Ja, das kannst du auch mal schön knicken. Und du da unten erst recht. Nein! Da holt er mich aus der Luft! Das ist dumme Schwein. Ja, hier. Komm. Ja, ist mir auch egal. Ich krieg... Ich schaff das jetzt. Ich schaff das jetzt, Freunde. Ich trage jetzt Vorsprung. Komm, wo ist der nächste hier? Kommt, 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 Freunde. Nein! Scheiße! Alter, mit was... Oh, Granat-Launcher! Ist klar! Von der Seite! Ich krieg einen Klaps! Wo ist denn jetzt dieser Ventax hier? Ich denke, der ist so toll. Nee! Ich glaub's dir wohl nicht! Kannst du dir Großmutter erzählen hier, wenn der... Meine Fresse, ey. Jetzt schillt der Wetter dort! Ich frag mich, was der andere macht. Ich frag mich echt. Ich frag mich echt, Leute. Oh, hab ich ihn mit seiner Scheiß-Shotty, ey. Ja, endlich! Wird ja auch mal Zeit, ey! Hab ich's, Freunde! Das kann der mir nicht sicher erzählen, der Kollege Schnürschuh. Ja, er ist ihm gewonnen! Ja, und? Verfluche das Spiel und nicht den Spieler, du Klapser! Rinn ja auch in euer Popiker! Bis zum nächsten Mal! Wir haben's! Gigi, go-go, play-a-lift! Bis zum nächsten Mal! flavours cold! Untertitelung des ZDF, 2020